Die Fraktion Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir aufgefallen, dass in einem demokratischen Land, in dem Pressefreiheit herrscht, eine gewisse Gleichschaltung der Meinung im Vordergrund steht. Diese Feststellung eines Literatur-Nobelpreisträgers und Mitglieds der Waffen-SS der deutschen Wehrmacht, Günter Grass, möchte ich meinem Antrag voranstellen. Denn Gegenstand unseres Antrags ist hier heute, Maßnahmen zu ergreifen, um Bestrebungen abzuwehren, das deutsche Volk in seiner religiös-kulturellen Identität nachhaltig zu verändern und am Ende biologisch auszulöschen. Und wir von der NPD-Fraktion sind nicht bereit, wie Sie das praktizieren, uns Redeverbote auferlegen zu lassen, uns einer Gleichschaltung zu unterwerfen, von der das SPD-Mitglied Günter Grass so bezeichnend in dem Zitat zuvor erwähnt ausgesprochen hat. Meine Damen und Herren, wir alle haben die brutalen Bilder von den bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen, zumeist Jugendlicher, überwiegend aus anderen Kulturkreisen stammender und zu allem bereiter, bewaffneter Islamanhänger noch deutlich vor Augen. Ob London, Paris, Frankfurt am Main oder wie jüngst in Bonn zeigt sich, mit welch krimineller Energie, Aggressivität und Sendungsbewusstsein Islamisten versuchen, die einheimische Bevölkerung einzuschüchtern und in ihrem Sinne regelrecht gefügig zu machen. Auf deutschen Straßen finden nicht nur Koranverteilungen statt, sondern in Reden und Flugblättern heißt es nicht selten, tötet die Ungläubigen, tötet die Deutschen. Ibrahim Abu Nagy prophezeite Andersgläubigen, Zitat, Christen und Juden kommen in die Hölle, wenn sie den Islam nicht annehmen. Schon 2003 erklärte in Berlin der Imam Omar Abdel-Kafi, Zitat, unsere wichtigste Aufgabe ist es, den Islam zu verbreiten. Wir müssen die ganze Welt besiedeln und zum Islam bekehren. Wenn man sich zu diesem Thema die Redebeiträge beim gerade zu Ende gegangenen Katholikentag zu Gemüte führt, stellt man folgendes fest, meine Damen und Herren. Erstens, die Christen scheinen mittlerweile so induziert irregemacht, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die potenzielle Gefahr des politischen Islamismus auch nur ansatzweise zur Kenntnis nehmen zu können. Zweitens, das Konstrukt Bundesrepublik Deutschland und dessen Führung ist nicht willens, beschweige in der Lage, die Deutschen vor muslimischem Terror wirksam zu schützen. Und ich spreche hier vom islamischen Terror, der sich ständig auch in der Form religiöser Nötigung offenbart, meine Herrschaften. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht hier nicht um den Steinzeit-Islam, wie ihn aktuell die Salafisten in Moscheen und Hinterhofgebetsräumen predigen. Uns geht es von der NPD vielmehr um den Islam an sich, einer Religion, die im Hinblick auf unsere deutsche und abendländische Kultur eine nicht zu vereinbarende Größe darstellt. Sie, meine Damen und Herren, sind schon längst gleichgeschaltet im Sinne einer Demokratie, der Denkverbote, der Redeverbote, der juristischen Verfolgung Andersdenkende, wenn es um ganz bestimmte Themen in ihrer Parteiendiktatur geht. Sie schweigen zu den Auswirkungen der von Ihnen praktizierten Einwanderungspolitik, meine Herrschaften. Wir tun dies nicht. Die Grünen und ganz besonders die roten Faschisten der Partei Die Linke fordern offen eine noch größere Bereitschaft der Deutschen, fremde Völkerschaften aufzunehmen. Besonders die Grünen und die Roten drohen mittlerweile unverhohlen jedem, der es wagt, hier gegen Bedenken anzumelden. Sie versuchen, mit der Faschismuskeule nicht nur Sarrazin zum Schweigen zu bringen, sondern auch jene Teile des Klerus, der es als seine Pflicht ansieht, in der Öffentlichkeit vor Überfremdung und Islamisierung zu warnen. Hals, Maul oder wir schlagen zurück, skandierten gerade in diesen Tagen die Jungsozialisten bei der neuerlichen Buchvorstellung des Herrn Sarrazin. Gezeigt wurde eine rote Faust, die das Ziel, nämlich das Gesicht von Herrn Sarrazin, zum Ziel hatte. Meine Damen und Herren, der Druck in Ihrem Paradies einer multikulturellen Gesellschaft wächst, auch wenn Bonn, Köln, Berlin oder auch Mönchengladbach noch weit von uns hier in Mecklenburg und Vorpommern von derartigen Problemen entfernt scheint. Sie können dem Gestank Ihrer multikulturellen Politjauche schon mittelfristig nicht mehr entgehen. Herr Pastörs, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass das Redewendungen sind, die wir hier im Parlament nicht verwenden. Sie haben von mir einen zweiten Ordnungsruf erhalten und ich mache Sie darauf aufmerksam, dass mit einem dritten Ordnungsruf das Rederecht entzogen wird. Und auch Ihr ständiger Versuch, den Leuten zu suggerieren, die NPD wolle nur Panik in der Bevölkerung verbreiten, zieht längst nicht mehr. Ihr Parteiensystem ist mittlerweile so verhasst, dass ja ein Dr. Niseri sich gemüßigt fühlt, wieder die Wahlpflicht einzuführen, um überhaupt den Anschein einer repräsentativen Demokratie aufrechterhalten zu können. Es wird Ihnen nicht helfen. Ihr System geht kaputt. Und in dieses Vakuum stoßen natürlich auch religiöse Gruppen wie die Salafisten. Im Jahre 2009 wurden Pläne des Islamischen Bundes Rostock e.V. bekannt, im Gebiet Grohlpol in der Südstadt eine Moschee mit Kuppel und Minarett errichten zu wollen. Sie fordern einen repräsentativen Bau, da der noch aus DDR-Zeiten stammende Flachbau Ihnen als Moslemzentrum nicht mehr angemessen erscheint. Um den Muslimen behilflich zu sein, griffen die Stadtväter in die chronisch klamme Kasse Rostocks hinein und forderten die deutschen Studenten der Stadt auf, Ideen einzureichen, wie denn das muslimische Gotteshaus am Ende positiv gestaltet werden könne. Die 12.495 Euro sollten auch als Zeichen, Zitat, des friedlichen Zusammenleben Wollens von Muslimen, Atheisten und Christen gewertet werden. So eine Stimme aus dem Umfeld der Förderer. Die Moschee an sich soll dann ebenfalls er, der deutsche Steuerzahler, natürlich finanzieren. Ergänzt durch einen Großteil aus Spenden, nicht zuletzt aus Saudi-Arabien, nach Deutschland fließendes Geld. Für Sie zur Erinnerung, meine Damen und Herren, schon 2008 verlautbarte die EU-Sicherheitskommission, dass saudische Wohltätigkeitsorganisationen zunehmend extremistische Moslem-Vereinigungen und deren Moscheebauten in ganz Europa massiv unterstützen. Nebenbei bemerkt sei darauf hingewiesen, dass in Saudi-Arabien eine äußerst archaische Auslegung des Islam, der sogenannte Wahhabismus praktiziert wird. Und jetzt hören Sie genau zu. Im Herbst letzten Jahres geriet der Islamische Bund Rostock in die Schlagzeilen der örtlichen Presse. Grund, zum Tag der offenen Moschee hielt der Imam Abdul-Adhim Komos eine Predigt in der Rostocker Südstadt, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Der sogenannte Moslem-Macher, wie ihn die Rheinische Post nannte, genießt deswegen auch hohes Ansehen, da es ihm gelingt, in erster Linie junge Deutsche zu glühenden Anhängern der Strömung des Salafismus zu machen. Meine Damen und Herren, und dass diese Islamprediger so erfolgreich mittlerweile auch die deutsche Jugend für sich vereinnahmen können, daran tragen Sie die Hauptschuld. In diesen Gruppierungen werden Ihnen nämlich unter anderem auch Werte wie Stolz, Mut, Askese, Keuschheit, Aufopferungsbereitschaft vermittelt. Alles Werte, über die Sie, wie man sieht, über die Sie, wie man sieht, lachen. So ist es. Ihr rein materialistisch und genussorientiertes Weltbild, also Ihrer real existierenden Demokratie, meine sehr verehrten Damen und Herren, treiben geradezu die Jugend zu weltanschaulichen Gruppierungen, weil sie eine deutsche Identität regelrecht aberzogen bekommen. Herr Pastörs, Ihre Redezeit ist beendet. Im Ältestenrat ist vereinbart worden, eine Aussprache mit einer Dauer von bis zu 90 Minuten vorzusehen. Ich sehe und höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Und ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Vorsitzende der Fraktion der SPD, Abgeordneter Herr Niserie. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir sind gerade eben alle Zeugen geworden, nämlich davon, dass es offensichtlich keinen Unterschied gibt zwischen Hasspredigern, egal welcher Religion und dem Vorsitzenden der Fraktion der NPD in diesem Land. Meine Damen und Herren, bevor ich mich dem Antrag zuwenden muss, lassen Sie mich zunächst im Namen der demokratischen Fraktion, für die ich hier sprechen darf, mein Entsetzen über die Dreistigkeit der Antragsteller zum Ausdruck bringen. Erst vor wenigen Tagen hat der Generalbundesanwalt Durchsuchungen in verschiedenen Räumen von Herrn Peterreit, Mitglied der NPD-Fraktion, vorgenommen und dabei ein Schreiben sichergestellt, das zeigt, Herr Peterreit hatte bereits früh Kontakt zu der Mörder- und Räuberbande des NSU. Wie wichtig, wie wichtig ihm diese Verbindung war und offensichtlich immer noch ist, zeigt doch alleine die Tatsache, dass dieser Brief quasi als eine Reliquie über zehn Jahre lang aufbewahrt wurde. Selbst dann noch, selbst dann noch hat er diesen Brief aufbewahrt, als alle Welt wusste, was diese Verbrecher angerichtet haben. Das, meine Damen und Herren, das ist das Thema, das, meine Damen und Herren, wirft ein bezeichnendes Licht, wirft ein bezeichnendes Licht auf die skurrile Heldenverehrung und die gefährliche Verblendung der Herren Neonazis hier im Parlament. Aber anstatt sich nun jedenfalls klar und deutlich vom NSU und seinen brutalen, hauptsächlich an Muslimen begangenen Verbrechen zu distanzieren, kommt jetzt ein Antrag, kommt jetzt ein Antrag der NPD zur Verfassungsänderung. Das ist leider in Ihrem Wortgeschwafel untergegangen, Herr Pasteurs. Über das Hilfsmittel eines Minarettverbotes in Mecklenburg-Vorpommern wird hier auch noch versucht, alle Menschen muslimischen Glaubens zu diskreditieren und ihnen gegenüber Hass und Angst zu schüren. Herr Peterreit und Herr Pasteurs, deutlicher als Sie es durch Ihr dubioses Verhältnis zum NSU und mit diesem Antrag tun, kann man seine tiefe Verachtung vor anders denkenden Menschen nicht zum Ausdruck bringen. Tiefer, meine Damen und Herren, können Sie im moralischen Sinne nicht sinken. Sie, Herr Peterreit, insbesondere Sie, Herr Peterreit, sind eine Schande für dieses Parlament und Sie sind auch eine Schande für das moderne und weltoffene Deutschland. Wenden wir uns jetzt diesem Antrag zu. Meine Damen und Herren, dieser Antrag besteht aus einem Satz und soll die Verfassung ändern, der heißt, der Bau von Minaretten ist verboten. Mehr ist es nicht. Meine Damen und Herren, die sogenannte Ausländerpolitik in Anführungsstrichen der NPD ist ein zynisch kalkuliertes Geschäft mit der Angst. So erleben wir aktuell in Nordrhein-Westfalen die gezielten Provokationen von pro NRW an Orten, an denen Muslime zusammenkommen. Auch in Rostock kam es vor kurzem zu einer perfiden Provokation. Ich habe sie mal mitgebracht. Ein angeblich von Muslimen stammendes Flugblatt, das ist dieses hier, ich darf es mal zeigen, mit Erlaubnis, Herr Präsidentin, mit dem um Verständnis für ein Moscheebau in Rostock geworben wurde, stammt nachweislich eben nicht von dieser muslimischen Gemeinde. Wenn ich mir allerdings in diesem Zusammenhang die Anfrage des Bürgerschaftsmitglieds David Peterreit zu den geplanten Moscheebau anschaue, kann ich nur vermuten, Sie, Herr Peterreit, wissen offenbar sehr genau, wer dieses provokante Flugblatt geschrieben hat und auch verteilt hat. Ach, wissen Sie, so weit würde ich gar nicht gehen, aber dieses Flugblatt, das glaube ich, weiß ja schon ganz genau, wer das gemacht hat. Das ist sogar belegt. Das Thema Minarettbau, meine Damen und Herren, das Thema Minarettverbot ist nicht neu. Ich erinnere an den Minarettstreit in der Schweiz und auch die Neonazis im sächsischen Landtag haben dieses Thema bereits vorgetragen. Minarette, was auf Arabisch so viel wie Orte des Lichts bedeutet, waren in vorislamischer Zeit Leuchttürme für Karawanen in der Wüste. Für ihre religiöse Funktion diente die Architektur, die Architektur der christlichen Kirchen als Vorbild, Herr Pastors. Das Minarett erfüllt liturgische und selbstverständlich auch symbolische Funktionen und weist den Gläubigen die Richtung zu ihrem Gebetshaus. Wer ihren Antrag liest, merkt sehr schnell, dass Sie, meine Herren von der NPD, es mit unserem Rechtssystem nicht so genau nehmen. Ein landesrechtliches Verbot von Minaretten verstößt gegen unsere Landesverfassung, gegen das Grundgesetz und gegen höherrangiges Bundesrecht. Damit ist Ihr Antrag per se schon rechtswidrig. Sie haben die Kernelemente unserer Verfassung, die Grundrechte, scheinbar nicht einmal ansatzweise verstanden oder wollen dies auch gar nicht. Auch die sogenannte Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes, die eine Änderung der Grundrechte in ihrem Wesensgehalt verbietet, scheint Ihnen völlig unbekannt. Meine Damen und Herren, der religionsneutrale Staat darf nicht den Inhalt der Religion definieren, weder der christlichen noch der islamischen Religion. Meine Herren von der NPD, Ihre angeblichen Belege, die in Minaretten, Speerspitzen, Bayonette und Ähnliches erblicken, sind völlig irrelevant. Und selbstverständlich ist Ihre Auswahl tendenziös und selektiv. Aber etwas anderes hatten wir von Ihnen auch wirklich nicht erwartet. Juristisch müssen beim Minarettbau schon heute die Bauvorschriften und die Rücksichtnahme auf das jeweilige Ortsbild mit der Religionsfreiheit in Einklang gebracht werden. Und wenn eines Tages in Rostock eine Moschee gebaut wird, hat es vorher ein rechtsstaatliches Genehmigungsverfahren gegeben, in dem die unterschiedlichen Belange der Beteiligten abgewogen wurden. Und ich bin sicher, dass man sich auf einen vernünftigen und für alle akzeptablen Kompromiss verständigen wird. Die Religionsfreiheit, meine Damen und Herren, ist für unsere Gesellschaft ein hohes Gut, für das Jahrhunderte gestritten wurde. Wir Demokraten bekennen uns zu einer pluralistischen Gesellschaft, in der Angehörige anderer Völker und andere Religionen ihren Platz in unserer Mitte haben. Ja, meine Damen und Herren, der Islam gehört mittlerweile zum modernen und weltoffenen Deutschland. Wir können es, wenn wir Integration ernst nehmen, nicht zulassen, dass Muslime ihren Glauben in Hinterhöfen und Kellergebäuden ausüben müssen. Es ist empirisch bewiesen, dass die sichtbare Präsenz, die sichtbare Präsenz von islamischen Gebetshäusern, von den Muslimen als Zeichen der Anerkennung und der Repräsentanz im öffentlichen Raum wahrgenommen wird. Damit verstärken wir die Integration in unsere Gesellschaft. Integration verlangt nicht nur von den Einwanderern viel, sondern fordert auch von unserer Gesellschaft Anstrengung und Toleranz. Dabei wird die Toleranz, meine Damen und Herren, niemals so weit gehen, dass zum Beispiel Ausschreitungen wie die der Salafisten oder andere religiös motivierte Straftaten geduldet werden. Wir Demokraten lehnen jede Form von religiösem Fanatismus eindeutig ab und erwarten ein klares, unmissverständliches Bekenntnis der hier liebenden Muslime zu den Grundlagen unseres Rechtsstaats. Die verwerflichen Handlungen einzelner oder kleinerer Gruppen als Anlass zu nehmen, eine irrationale Angst vor dem gesamten Islam zu schüren, ist ein verlogener, ein gefährlicher Weg, der bewusst spaltet, der explizit ausgrenzen soll. Das empfinden wir als zutiefst menschenverachtlich. Meine Damen und Herren, der Islam ist nicht gleich Islam. Es gibt viele Strömungen, sowohl gemäßigte als auch leider radikale Ansichten, wobei insbesondere die Radikalität der NPD ja nicht fremd sein dürfte. Auch in unserer Demokratie gibt es Extremisten, die aber eindeutig eine kleine Minderheit repräsentieren. Deshalb aber wird doch niemand wirklich ernsthaft behaupten, alle Deutschen seien Nazis. Meine Damen und Herren, es ist ein schweres Unrecht zu versuchen, eine ganze Glaubensgemeinschaft aus unserer Gesellschaft auszugrenzen, sie zum Sündenbock zu stempeln oder sie zum Schüren massiver Ängste zu missbrauchen. Nicht Minarette müssen verboten werden, sondern die Partei, die stets und ständig zur Spaltung unserer Gesellschaft und zur Abschaffung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aufruft. Meine Damen und Herren, die Moscheen von heute werden nicht das Schicksal der Synagogen von gestern erleiden. Merken Sie sich eins, meine Herren von der NPD, unsere gefestigte Demokratie wird es nie wieder zulassen, dass Nazis unsere rechtsstaatliche Verfassung mit ihren menschenverachtenden gestern Musik Komm N Ge� 76